Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Max Grüßt Folge 85. Ich habe heute 63 Personen, die wohl jetzt nicht mit dabei sind, sind dafür in der nächsten Ausgabe mit dabei. Ich habe hier immer frisch durchgewürfelt. Wie ihr hier sehen könnt, ich drehe jetzt das Video gerade vor. Es ist jetzt 22.13 Uhr und weil ich morgen wahrscheinlich nicht früh genug dazukomme, das Max Grüßt zum Drehen und das Internet hier im Wohnheim ja bekannterweise so arg langsam ist, drehe ich die Videos immer schon mal gerne vor, damit er wirklich an dem und dem Tag online ist. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir gleich mit der ersten Person an. Ich werde verarscht und merke es nicht. Dann sind wir schon bei der Nummer 23. Laservestler, Maulkopflicht, Supertag, Steve Eric Jordan, Zapzarab, Dolores Kogolores, Mensch gebliebener Lidlhemdträger, Kreisender Igel, Mickey S, Joachim, Leck die Hürden, Iwarsdienst, Minecraft Channel, besorgter Internetnutzer, Kreuzfahrt-Fan 67, Bremsenreiniger, Laternenaustreten 7, Jimmy 15, 10, Wäschtmenschen, Rollabreiner, Handicap, Slim, Aidses, Longus, Doofentwand, Schwanzes, Longus. Dann sind wir bei der Nummer 46. Harris, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Enzkäufen, Serien-Selbstmörder, Einkaufskorb, Moonwalker, 34, 53, Zapzarab, Veganer-Singe, Julian Brandt, Vincent, Tranzidon aus dem Stadel, Bomfrinz, Viertel von Neuen, Ichmobil, Oh, Hi, Mark, Haifisch, Pimmel-Paule, Finn 619 und Restart My Life. Und das waren jetzt die 63 Personen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Wenn ihr da draufkommt, so passt die neuesten Videos nicht. Und wie gesagt, die, wo jetzt nicht mit dabei waren, sind in der nächsten Ausgabe mit dabei. Und es wird auch, äh, sind in der 46. Ausgabe mit dabei, meinte ich. Und es wird dann auch wieder wie immer frisch durchgewürfelt. Die Social-Media-Sagen stehen im Bild und in der Videobeschreibung. Und wo mir Post hinschieben kann, steht auch in der Videobeschreibung. Ansonsten habe die Ehre, wir... Habe die Ehre, wir sehen uns, wollte ich noch sagen. Ich habe zu früh abgedrückt gehabt. Also, bis denn. Ich habe die Ehre, wir sehen uns, bis denn.